Lucky Blocks mit Mali und Nerdy Buddy! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Lucky Blocks Video und mit dabei ist der Mali noch, hallo! Hallo, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Genau Leute, und zwar haben wir diesmal... Gute Antwort, antworten wir einfach nicht! Es geht mir gut. Ja, es geht mir sehr gut. Dankeschön. Okay, und wir haben diesmal, ihr seht es auch schon hier, wir haben diesmal die Camel, also die Kamelwüsten Pyramiden Sahara Lucky Blocks mit am Start, nämlich sind hier, seht ihr schon, ein lustiges Kamel drauf. Und die stellen wir euch in diesem Video einfach mal ganz gediegen vor, sag ich mal. Genau, der Ausbaumort ist auch dabei. Genau, wir haben diesmal nämlich hier 30 normale Lucky Blocks, 3 Very Lucky Blocks, 3 Anlaki Blocks und dann noch ein Eisensack und Steakle, die Steaksteaks. Und wir gönnen uns die jetzt einfach mal, sag ich mal. Und dann öffnen wir die und am Ende gibt es noch ein Battle, also bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende dran. Und jetzt sind wieder 250 neue Drops dabei, also es wird auf jeden Fall richtig episch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch. Bist du bereit, Mali Nuis? Okay, ich mache mir einen Very Lucky Block. Okay, ich auch. Nee, doch nicht. Oh, los geht's! Los geht's! Oh Gott, da war es. Ey, mein Name Flick. Bitteschön. Oh, ich habe ein Eisenschwert bekommen. Mit 50 Angriffsschaden! Was? Oh nein! Nein! Hast du schon geahnt, dass ich jetzt auf sie zulaufe? Du bist schon weggelaufen. Und, äh, oh! Oh mein Gott! Ich habe eine Ultimate Ho. Warte, ich will die mal austesten. Nein, bitte nicht! Aber die macht keinen Schaden, ne? Doch, ein Herz. Ein halbes Herz. Ein halbes Herz. Das ist gut im Kampf, muss ich sagen. Die Anlaki ist vorhanden. Den Schwamm hier, ich werde den Schwamm rein. Nein. Oh Gott! Was? Danke, Manni, Neuss. Ich bin der, der den Schaden bekommt, obwohl ich es reingeworfen habe. Das hatte ich auch noch nicht bei einem Brunnen, äh, Loch. Also, das ist wahrscheinlich nur ein cooler Lucky Block. Das ist auf jeden Fall ein guter Lucky Block, muss man sagen, hier. Zum Anfang. Okay, Leute. Oh, was habe ich denn hier? Big Bertha Handle. Strange item. Oh, das kann ich, glaube ich, craften. Achso, was ist das? Achso, ja, irgendwie sowas. Ja, geh mal. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Big Bertha Handle. Die nimmt das. Okay, Leute. Also, wenn ihr öfters was mit dem Camel Lucky Block hier sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall hier ein Like da, weil wir machen auch in der nächsten... Oh Gott. Oh mein Gott. Also, doch. Crash den Like-Button, aber. Dann lasst auf jeden Fall hier ein Like da, weil wir wollen in der nächsten Zeit auch wieder auf jeden Fall auch Camel Lucky Blocks Tower da hinten machen oder Lucky Blocks Race mit dem Camel Lucky Block und so weiter. Also, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und das ist auf jeden Fall ein Like da. Für weitere Folgen mit den Lucky Blocks hier. Oh Gott. Und ich habe eine Ruby-Sache. Okay, ich muss kurz den Mob hier töten. Okay, ich glaube, der ist sogar friedlich, wenn du dich nicht angreifst. Klar, aber ich würde mich riskieren. Doch, doch. Nee, der wollte mich nicht angreifen. Der hat mich angegriffen. Nee, ich habe gesehen, der war ganz friedlich. Du wolltest dich einfach nicht. Dankeschön. Ich wusste, es hat nichts dagegen unternommen. Oh Mann. Okay, Leute. Und wir wollen... Das ist eine Lüge. Jojojojojo. Bitte cool. Und wir wollten auch in diesem Video auch ein paar Themen ansprechen, die hier den Kanal beziehungsweise auch die Videos hier betreffen und auch den Lucky World Server. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Oh Gott. Bob Scranton ist hier. Die Leute mit einem Dier-Schwert. Au. Weg mit dir. Und wenn man den tötet, dann bekommt man vielleicht das Dier-Schwert. Oh, eine Hose. Ich habe eine Hose bekommen. Endlich hat der Junge mal eine Hose an. Endlich habe ich eine Hose an. Und die hat nur noch 74 Haltbarkeit, sage ich mal. Okay, Leute. Also, wir wollten auch in der nächsten Zeit, äh, wollten wir auch ein paar, äh, Real-Life-Stories und auch so ein paar... Ich höre dich nicht. ...ein paar Themen ansprechen. Also, schreibt auf jeden Fall mal eure Themen beziehungsweise so, ähm, Fragen einfach mal in die Kommentare, die wir mal beantworten sollen, weil wir haben auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal, äh, mehr so Bock drauf, auch mal so mehr von uns euch so zu zeigen, sage ich mal. Also, die Meinung und auch ein paar, äh, so Geschichten und so was. Dass wir die euch einfach mal so ein bisschen erzählen. Oh mein Gott, dann kommen tausende Spinnen raus. Nein, Madinui, da... Oh Gott. Wie viel... Alter, wie viele Zombies sind da drüben, bitte? Das ist ja abnormal. Jetzt sind doch keine mehr. Danke sehr, Madinui, dass sie das gemacht haben. Okay, ich hole mal das Schwert hier. Das ist nämlich ein Tier-Schwert. Ah, normales. Okay, Leute. Also, schreibt auf jeden Fall eure Wunsch-Themen mal in die Kommentare. Oh nein, Brun hat einen Lucky-Block von mir kaputt gemacht. Hör, da passiert gar nichts. Was kam da? Gar nichts, das Wasser ist nur weggegangen. Ist das bitter, oder? Ist das bitter? Goll. Okay, Leute. Weil Lucky-Blocks verschwendet. Oh Gott. Was ist das? Alter. Ich will drauf sitzen. Kann man da drauf? Hallo. Ich will drauf. Hör. Oh, nee. Gut, was du? Spring du mal drauf, spring du mal drauf. Hör. Ja, du warst was drauf. Du warst was drauf. Okay, warte, wir schubsen den ins Wasser. Dann kann er da drin leben. Jetzt geh rein da. Rein da, junger Mann. Oh, der will nicht. Hör, hören Sie mal. Rein. So. Okay, guck mal, er schwimmt. Klasse Typ. Okay, weiter geht's mit dem Lucky-Blocks hier. Okay, Steaks. Das ist immer schön. Das ist immer fein. Alter, was hat das für einen Riesenhals, Mann? Schau dir diesen Hals an. Oh, Emeralds. Wie weit geht dieser? Ja, gut, hab ich gesagt. Aber Emeralds hab ich genug. Ähm, ja. Darf ich mich bedienen? Ähm. Ich will mal nicht so sein. Okay, danke sehr. Ich gönne mir mal hier Smaragde von Mallys Blog. Okay, 27 Smaragde. Die reichen vollkommen aus, lös. Ich nehm noch einen. Okay, Leute. Also schreibt auf jeden Fall Themen rein, die euch schon immer mal interessieren. Äh, interessiert haben. Hier ist irgendein Monster. Mally Neust. Oh, was ist das hier? Komm, du hast doch die gute Waffe. Ach ja, stimmt, ja. Rotator, Achtung. Oh, hab ihn gekillt, hab ihn gekillt. Hab ihn gekillt, Leute. Oh, ich hab ein Hammerboard. Nein, noch ein Hammerboard. Zurück in die Zukunft. Oh, 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 oh. Alter, Junge, Junge. Wie komm ich jetzt runter? Du musst absteigen, einfach so. Ja. Dann schlag ich dich in der Luft kaputt. Komm runter, ich flieg noch ein bisschen. Immer diese Banausen hier. Diese Leute, die immer rumfliegen mit ihren Sachen. Ey. Lol. Du bist gegen das Ding geflogen, Mann. Nein, ich hab's nicht gesehen, weil ich auf die geartet hab. Keiner tief auf jeden Fall. Oh mein Gott, Leute. Okay. Ich hab genau das gleiche Schwert wie du. Leute, ich hab echt? Ja. Guck mal, ich hab Peacock-Rüstung. Ich bin ein kleiner Papagei. Oh. Ich bin ein Paradies-Rügel. Hallo. Ich bin ein neues Kino. Leute. Hi. Ne. Sag der. Hä? Leute, mit der Peacock-Dingens kann man fliegen, also so schweben. Guck mal hier. Ah, okay. Das ist so wie bei einem Chicken oder so. Der Effekt. Ja, genau. So mit Federfall. Oh, das ist auch bei dieser Royal Guardian-Rüstung und so. Ja, ja, richtig. Oh mein Gott. Und hier ist Glas. Okay, Leute. Und? Was ihr... Oh Gott, Enderman. Nein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh Mann. Okay, was ihr auch noch sagen wollt in diesem Video. Und zwar... Wollte ich das am Anfang eigentlich ansprechen schon. Und zwar kommen jetzt immer die Videos. Von Montag bis Freitag kommen die Videos jetzt nicht mehr um 14 Uhr wie sonst. Sondern um 12.30 Uhr. Weil ich da, ähm... Ich wollte es einfach ein bisschen früher machen. Weil wenn ihr dann von der Schule nach Hause kommt. Und dann könnt ihr direkt ein schönes Video von dem Nini-Bunni euch gönnen, sag ich mal. Deswegen schaut immer um 12.30 Uhr, ähm... Auf meinem Kanal vorbei. Oder halt wenn ihr später nach Hause kommt. Könnt ihr einfach auf meinem Kanal vorbeischauen. Weil das Video dann schon längst gekommen ist. Also, äh, 12.30 Uhr ist jetzt der Upload. Termin und... Yo! Und, äh, Samstag und Sonntag, was ich auch noch sagen wollte. Samstag und Sonntag kommen auch, ähm, dann zwei Videos. Also Samstag und Sonntag kommen dann wahrscheinlich so 10 Uhr morgens. Und dann nochmal so um 16 Uhr nachmittags. Also ein Video. Äh, also zwei Videos insgesamt pro Tag. Oh mein Gott. Also 10 Videos in der Woche dann. Oder 9. Ja, 9 Videos. Oh, hier ist das mit dem Zählen. King Bob. Lol. Ich hab die Überrüstung. Ich hab Royal Guardian Sword. Oh. Ich hab das einfach so bekommen. Echt? Jawohl. Aber damit kannst du mich zum Glück nicht schlagen. Ja, ja, das... Warte, Neues. Bleiben Sie stehen. Bitte verraten Sie Ruhe. Polizei, hallo. Gehen Sie ins Wasser da. Polizei. Okay, okay, ich mach, was Sie sagen. Und jetzt... Und bitte nicht verhaften. Ich lasse mal... Ich drück nur mein Auge zu hier, okay? Meine Neues. Sie mit Ihren schlimmen Sachen da, die Sie immer machen. Okay. Danke sehr. Danke sehr. Ein klasse Polizist. Der Nubi-Puddy. Das ist ein Top-Polizist. Oh. Kitty, Kitty. Lucky Kitty. Top-Polizist. Oh Gott, der rennt weg. Er rennt weg. Nein, nicht in den Abgrund. Oh mein Gott. Ich hatte kurz Angst. Okay, wir lassen sie laufen. Vielleicht möchten sie ihre Ruhe. Ja. Oh. Oh mein Gott. Ich kann den Prinz spawnen. Jawohl. Da ist der Prinz. Oh, der verteidigt dich sogar, glaube ich. Naja, der verteidigt mich jetzt gegen dich. Oh nein. Das ist nicht so gut. Oh mein Gott. Oh Gott, Alter. Ich habe es überlebt irgendwie. Was? Du hast es überlebt? Ich weiß auch nicht. Ich war gerade im Inventar und da bin ich ein bisschen zurückgeflogen. Was echt? Da waren irgendwie 20 Creeper aufeinander irgendwie. Ja. Ja, ich habe es gehört. Alter. Oh Mann. Okay. Auf jeden Fall. Die Videos werden natürlich in nächster Zeit auch mehr mit so Themen bestückt sein, sage ich mal. Dass ihr uns ein bisschen mehr kennenlernt. Weil wir hatten halt auch. Wir haben halt in den letzten Monaten so. Haben wir halt nicht so speziell so über uns so ein bisschen geredet. So die Meinungen oder so ein paar Geschichten erzählt. Sondern eher so auf die Lucky Blocks geachtet. Und viele haben auch in die Kommentare geschrieben, dass sie vielleicht mal was wissen sollen. Da haben wir uns auch mal gedacht. Okay, dann sprechen wir ab und zu mal in den Themen, in den Videos Themen an. Genau. Und das wollen wir halt auf jeden Fall in der nächsten Zeit so machen. Also schreibt auf jeden Fall auch die Themen rein. Und was ihr auch noch sagen wollt, da habe ich mir sogar hier aufgeschrieben. Dass der Lucky World Server. Oh Gott. Diamanten, oder? Jawohl, Diamanten. So viele Diamanten. Ich habe so viele zu baracken und alles. Das ist nicht zu glauben. Beziehungsweise du eher. Das ist natürlich. Danke, dass ich mich bedienen durfte übrigens. Du hättest es auch so gemacht, wenn ich es dir nicht erlaubt hätte. Es ist jetzt ein Gerücht, sage ich mal. Das halte ich für ein Gerücht. Okay, so. Und genau, der Lucky World Server, der startet nämlich bald für alle. Also auch die Leute, die... Weil momentan ist ja der Lucky World Server in der... Hier ist ein Monster. Stirb! Oh Gott. Hier ist ein Monster bei mir. Geht ab. Ähm... Oh nein. Ich habe die Mords zu skate. Jess! Tut mir leid. Ey, nicht meinen Hund töten. Nicht meinen Hund töten. Tut mir leid. Es tut mir leid. Oh Gott, er rennt mir hinterher, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Okay, und der Lucky World Server ist natürlich jetzt, ähm, nur für Premiums und Wildcard-Gewinner zugänglich. Also wenn ihr die jetzt... Wenn ihr euch Premium kauft, könnt ihr jetzt schon drauf auf luckyworld.eu oder wenn ihr eine Wildcard gewinnt. Aber bald ist der Server auch für alle zugänglich, sage ich mal. Also am 26.10., ich sage es einfach mal. Am 26.10. startet der Lucky World Server, ähm, völlig Ultimate Helmet. Oh mein Gott. Oh nein. Startet der Server, äh, in die normale, ähm, normale Phase. Also können dann wirklich alle drauf und können dann zusammen mit uns Lucky Blocks, Bad Wars und auch weitere Spielmodi spielen. Also macht auf jeden Fall Bock. Am 26.10. startet das Ganze. Okay, ich habe die Überrüstung mal die Neues. Oh nein, oh nein. Ich glaube, ich kann mit dem normalen Crafting-Rezept keine neuen Lucky Blocks craften, oder? Nein, schade. Oh, der Prinz greift sich für mich an. Jawohl, so sieht es nämlich aus. Okay, jetzt hier. Was kommt hier raus? Nichts. Irgendwie bei den Brunnen... Achso, doch. Hä? Bei den Brunnen kommt nichts raus. Guck mal hier. Ich habe hier was reingeschmissen und da kommt nichts raus. Was ist denn das? Das ist kein guter Brunnen. Das ist kein guter Brunnen, Leute. Nein, nein. Aber darunter ist doch immer ein Lucky Block, der das dann aktiviert. Oh Gott, Kaninchen. Da muss man doch irgendwie herankommen. Warte. Ich weiß. Okay, ich gehe mal hier raus. Warte. Ne, hier ist nur Eisen einfach. Okay. Das ist nicht trash, sag ich mal. Fehlzündung, sag ich mal. Eine Fehlzündung eingeleitet, sag ich mal hier. Okay, die Lucky Block. Ich habe noch... Jawohl, und eine Lucky Potion. Oh nein, ich dachte, ich hätte mit meiner Lucky Potion noch ein bisschen Glück, aber... Oh Gott, eine Biene. Eine Biene. Töten. Biene töten. Oh, das ist mal die Neues. Der macht den letzten Schloss hier. Der Retter in der Nut. Okay, so. Blumen. Wieder. Oh Gott, einfach Fle... Enderman auf Ledermäusen. Das ist nicht zu glauben. Okay, zwei Kamel-Lucky-Blobs. Kyuubi habe ich. Ein Kyuubi. Hallo, Kyuubi. Wie geht es dir? Ich muss dich töten. Live. Die ist auf Handel. Okay. Noch an den letzten Lucky Block habe ich hier. Ihr wisst, Leute, im Real Life beziehungsweise im TS einfach. Manchmal rastet nur dann richtig, richtig aus. Also sagt nichts, sondern schreit einfach rum. Und einen Moment später dann so richtig Real Talk. Ja, und hast das schon und das und gesehen? Das ist einfach so. Das muss man so live im TS erleben. Das ist einfach so lustig. Warte, ich brauche mal hier noch ein Peacockchen. Ja, okay, Leute. Das kann schon gut sein. Oh, Jen. Aber er ist in die... Oh, hier reingefallen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir rüsten uns noch ein bisschen aus, sage ich mal. Okay, schau mal hier. Hast du ein Enchantment-Table? Ein Holzstück? Nee, habe ich nicht. Tut mir sehr leid, muss ich sagen. Okay, so. Ich gebe mir jetzt mal hier Holz und eine Werkbank. Ich sage, ich benutze auch die Ismaragde nicht, weil die können mir eigentlich nicht so. Ich benutze die Rüstung, die ich schon habe. Die ist ja auch gut genug. Die benutzt du nur, weil die Ismaragde so schlechter wäre. Nee, nee, nee. Okay, aber das Sword habe ich hier, das Übersword der Hölle. Ich mache hier, ich mache in der Zeit, mache ich das mal alles hier so ein bisschen schöner mit Bildern, weil die Bäume sehen echt doof aus, ja. Ja, das ist richtig. Soll ich den Peacock Feather Laggings oder die Diamant Hose nehmen? Nee, die Diamant Hose, glaube ich. Glaube ich jetzt mal. Gehe ich mal davon aus. Aber du weißt es nicht, ne? Aber ich weiß es nicht. Nein, nein. Large Worm. Nimm das! Oh nein, oh nein. Was hast du denn? Ja, ja, ja. Coin. Guck mal hier, Coin. Oh, das ist so wie ein Lucky Block nochmal, da kommt dann random was raus. Robo Warrior. Oh, jetzt mache ich hier eine Mega Lucky Block Challenge. Nein! Oh nein, was machst du denn? Ich habe alle gespawnt, ich hatte irgendwie Bock drauf in dem Moment. Oh, das haben wir auch bei meiner Lucky Block Challenge gegen diese Robo Mops gemacht. Genau, wir haben nämlich, bei seinem Kanal haben wir auch so ein Video gemacht, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Okay, so. Oh nein, oh nein. Oh, ich bin dort. Pass auf. Nein, nein, bitte nicht. Okay, wie wir sagen, wir gehen jetzt in die Arena, oder? Komm mit! Oh. Wir überlassen die. Okay. Wir machen es jetzt einfach so. Okay, oh Gott, hier ist kein der Lucky Villager. Oh, 14 Äpfel gegen einen Just a Normal Apple. Ja, genau, das war meiner. Ah, stirb. Ey! Okay, er ist nicht gestorben, er ist nicht gestorben, Leute. Er ist nicht gestorben. Was war? Was ist das? Er tötet mich nicht, er hat mich nicht getötet. Was ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das habe ich auch noch nie gesehen, Leute. Ist das was Neues? Leon, Leon-o-top-te- Ich glaube, das ist, also, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Das ist ein Monster aus dem Awesome-Art, den hatte ich noch nie, gell? Den habe ich noch nie bei der Lucky Dog Challenge benutzt. Den habe ich noch nicht auf der Mobseite gesehen. Wenn ihr den mal wollt, dass ihr den bei der Lucky Dog Challenge benutzt, dann lasst auf jeden Fall hier einen Like da. Alter, wie episch ist der, aber der tötet mich jetzt. Ja! Okay, Kasuari. Oh, guck mal hier, Kasuaris. Geh, warte, ich mach mal mal Difficulty 0. So geht es natürlich nicht. Okay, Leute, wenn man Difficulty 0 macht, dann ist der friedlich. Oh, oh. Vielleicht kann man den reiten? Ja, bestimmt, bestimmt. Warte mal. Hört der mir jetzt? Ne, ich weiß nicht. Okay. Alter, sieht aber sauepisch aus. Guck dir den mal an. Guck, wenn der Difficulty 1 machen, fliegt der los und killt uns. Ach, ich ach. Nein! Oh mein Gott. Warte, wir müssen Difficulty 0 machen. Okay, den muss ich auf jeden Fall mal auf dem Kanal vorstellen. Ja, richtig. Okay, kill ihn mal. Kill ihn, ja, genau. Aber warte, wir nehmen einfach das Royal Guardian Sword hier. Oh Gott, okay. Dann geht das ganz schnell. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein Battle. Und dann Best of 3, Malinois, sind sie bereit? Okay. Ich bin bereit mit Sparky hier. Ich hab keine Schuhe an. Sparky. Nicht zu glauben. Warte, ich muss mir kurz... Ist halt schade. Schade. Ist halt schade. Wir warte, ich warte kurz... Kreativ oder... Hö? Tu mir kurz ne Werkbank, tut mir leid. So, okay, so, ich mach mir jetzt nochmal schnell Diaschuhe. Hex, ganz klar. Ganz klar. So, Diaschuhe gönne ich mir. Okay, bist du bereit, Manny? Ja, du bist hier nicht gerade bereit. Drei, zwei, eins und ab geht die Post. Und wir dürfen in allen Dingen, in allen Runden, dürfen wir alles benutzen, oder? Okay, alles klar, Manny. Schlägt ihr umsicht. Ja! Oh! Top, top Sache, sag ich mal. Okay, da ging es einfach nur darum, wer den anderen als erstes hittet hat. Hättest du mich als erstes gehittet, dann... Ich hab die gar nicht getrunken, meine Potion, das ist schon mal gut. Nicht getrunken? Den kann ich die jetzt trinken. Okay, okay, ich muss natürlich ne Milch schicken. 1-0 für Manny, ja, genau. Oder Flash-Effekt, Manny-Noise-Clear kannst du machen. Ja, genau, ich hab aber noch ne Milch. Okay, so, okay, zweite Runde direkt. Manny hat einfach die Überpotion gehabt. Okay, drei, zwei, eins, los geht's! Okay, jetzt gönne ich mir mal hier die Lucky Potion. Nein! Okay, jetzt aber ohne Lucky Potion. Okay, jetzt 1-1, jetzt alles ohne. Alter, Leute, was für Über-Lucky Potions hatten wir denn hier, Mann? Okay, so, ein kurzes Battle, zwei kurze Battles gab's hier. Okay, jetzt alles, ich würd sagen, hast du ein Überschwert? Oder wollen wir das, sag ich, das Schwert benutzen? Ach, nee, wir haben das Gleiche, gell? Wir haben das Gleiche. Achso, okay, alles klar. Bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins, ab geht's hier! Ab geht's. Okay, Leute. Ab geht's. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Jo, was geht? Okay, oh, ich hab wieder irgendwelche Tiere bekommen hier. Ja! Alter, ich hab die Überrüstung. Nimm das! Achso, wir haben die, wir haben... Oh, nein! Nein! Oh, ich bin direkt tot. Alter, Junge, ich hab übel viel Schaden bekommen, Mann. Oh, nein! Weil das Schwert so übel gut ist. Okay, Leute, das war es in diesem Battle hier. Ging relativ schnell, sag ich mal. Ich würd sagen, wir machen noch ein Spitzhacken-Battle, oder? Okay, das darf natürlich nicht fehlen, ohne Rüstung natürlich. Ja, ja, es ist klar. Okay, bist du bereit? Drei, zwei, eins, los! Okay. Okay, jetzt gibt's die Stelle hier, wir mal die Neues. Okay. Oh, du hast aber den Sparky? Nein, der Sparky. Glaub ich, hat mich noch einmal gehisset. Okay, Leute, das war es von diesem Video. War auf jeden Fall richtig geile Jobs dabei, sind auf jeden Fall. Und der Kamell-Lucky-Block ist im Großen und Ganzen ein richtig geiler Lucky-Block. Genau, auf meinem Kanal werden wir den auch nochmal vorstellen. Also, falls ihr ein paar mehr Drops noch sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. www.maldie-neues.de Könnt ihr auch direkt abonnieren, falls ihr neu seid. Genau, könnt ihr auf jeden Fall machen. Ihr könnt natürlich unsere beiden Kanäle auf jeden Fall gerne abonnieren. Auf nunan.de könnt ihr gehen, auf nunan.de. Und da könnt ihr, abonniert ihr direkt, wenn ihr da drauf geht. Und genau, den Malie-Neues könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn ihr mehr von dem Kamell-Lucky-Block wollt, dann lasst auf jeden Fall hier ein Like da. Und schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das wollt. Alter, hast du das hier gemacht, den Bilderrahmen? Ja, hab ich dir auch gesagt, aber du hast nicht zugehört. Schön. Danke sehr. Und war auf jeden Fall ein richtig geiles Video hier. Und ich würde sagen, das war es auf jeden Fall von diesem Video. Danke fürs Zusehen. Ihr könnt natürlich gerne abonnieren oder auch in der Play Store beischauen. Lucky.nuna.de Wenn ihr das oben in euren Browser eingibt. Könnt ihr auf jeden Fall mal das eingeben. Dann kommt ihr auf die Playlist von uns. Und lucky.mally-Neues.de können wir auf die Mallys-Playlist zugreifen. Und schreibt auf jeden Fall auch Themen in die Kommentare, die wir in der nächsten Zeit mal benutzen können. Das, was ihr von uns wissen wollt. Genau. Auch mal Fragen oder so zu unserer Person, sag ich mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Video. Ciao, Leute. Wow, wow, wow. Ciao, ciao. Ciao, ciao.